Hallo bei euromail.com. Ich möchte mit euch heute einen Wiener Klassiker zubereiten und zwar einen gekochten Tafelspitz, der gehört in Wien ganz einfach dazu. Dazu serviert man dann Semmelcreme, Apfelcreme, Spinat, Schnittlauchsoße und Röstkartoffeln, also ganz ein hervorragendes österreichisches Gericht. Ich zeige euch gleich einmal, wo ist der Tafelspitz beim Rind lokalisiert. Also wenn wir hier unsere Kuh haben, vergibt mir, ich kann nicht besser zeichnen, so ist das hinten ein Stück vom Schlögel. Das zeichnet sich dadurch aus, dass es ein sehr schön kurzfaseriges Fleisch ist. Relativ mager, nur ganz eine leichte Marmorierung. Es hat eine Fettdecke. In Österreich geben wir die nicht weg. Ich weiß, dass das in den Nachbarländern ganz zugeputzt wird. Bei uns gehört dieses Fett dran. Dann ganz einfach zum Tafelspitz dazu. Tafelspitz zeichnet sich eben aus, dass es Fleisch zum kochen ist. Es lässt sich schön portionieren. Es ist eine bröselige, schöne kurze Struktur in den Fasern. Aber es ist relativ trocken und daher gibt es bei uns ganz feine Beilagen dazu. Wir kochen unser Fleisch in einem Knochensut, den wir einmal vorbereiten. Und dafür brauchen wir Rindsknochen, geputzte Karotten, gelbe Rüben, Petersilienwurzeln, Sellerie, Knoblauchzehe, Zwiebel, Petersiliengrün und an Gewürzen gibt es Salz, Pfefferkörner, Pfefferkörner, Pimentkörner, Wacholderkörner, Geriebene Muskat, Knuss, Läuweblatt und dann haben wir noch etwas Öl zum anbraten und das gebe ich jetzt einmal gleich in unseren Suppentopf. Das Öl ist jetzt heiß und ich gebe einmal ein bisschen Zwiebel hinein. Die geben wir mit der Schale hinein. Das gibt unserer Suppe dann noch zusätzlich Farbe und dann die Rindsknochen. Die können wir einfach kurz rundum anbraten. Hier ist dann eine dunkle, rätige Rindsknochen. Das Gemüse geben wir im Ganzen dazu, das kommt nämlich dann weg. Die Kuglauchzehen gebe ich noch dazu und jetzt lösche ich es mit Wasser ab. Ich gebe noch die Gewürze hinein und werde das alles jetzt einmal aufkochen lassen. Während ich warte, dass meine Suppe kocht, putze ich den Tabelspitzen jetzt noch zu. Ich habe an der Unterseite etwas Bindegewebe. Das nehme ich weg. Das würde mich nämlich beim Essen bei der schönen Qualität von Fleisch zerstören. Die Abschnitte könnt ihr dann mit in die Suppe geben. Dabei haben sie dann nicht am Fleisch dran. Wenn unsere Suppe jetzt dann gut kocht, legen wir das Fleisch in die Suppe. Warum mache ich das? Ich möchte, dass sich die Poren möglichst schnell verschließen. Und ich möchte den Fleischsaft und den Geschmack im Fleisch haben. Würde ich Suppenfleisch nehmen, das heißt die Suppe auskochen wollen. Dann würde ich es ins kalte Wasser einlegen. Das war bei so einem edlen Fleischstück wirklich schade. So, jetzt habe ich schön zugeputzt. Und jetzt warte ich nur, dass meine Suppe zu kochen beginnt. Unsere Suppe hat jetzt einmal aufgekocht. Und wenn ich das Fleisch da einlege, dann seht ihr sofort, es verändert sich sofort die Farbe. Das heißt, die Poren schließen sich. Der Fleischsaft bleibt drinnen. Ich lasse jetzt noch einmal aufkochen. Dann werde ich die Temperatur reduzieren. Und werde sie ca. 2 Stunden leicht weilend kochen lassen. So lange wird unser Stück Fleisch brauchen, bis es gekocht ist. Der Tafelspitz ist jetzt fertig gekocht. Tuchte täglich himmlisch. Und ich nehme ihn jetzt aus der Suppe heraus. Und lasse ihn noch kurz entspannen, ehe ich ihn aufschneide. Der Tafelspitz ist jetzt serviert. Dazu gibt es klassisch Semmelkrin, Apfelkrin, Rösti und Spinat. Wenn du einmal nach Wien kommst, dann gönnt ihr diese herrliche österreichische Spezialität. Es freut mich, dass du wieder dabei warst. Das genaue Rezept gibt es für dich wie immer unter www.euromil.com Ein Like oder ein Abo wäre natürlich auch ganz toll. Bis dann!